Wir sind die Chronik, die Avantgarde des deutschen Journalismus. Kompletter Bullshit. Da stimmt was nicht mit dem Text von Lars. Wenn da was dran wäre, dann jetzt ein Problem. Wieso ich? Fantastisch. Okay, bitte. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017